Linienänderung zum Stadtfest. Cottbusverkehr muss durch das 27. Cottbusser Stadtfest den Fahrplan ändern. Die Linie 2 wird von der Stadthalle nach Sandow mit Bussen bedient. Die 4 fährt auch in der Nacht als Straßenbahn. Die 3N und 5N werden am Freitag und Samstag bis 1.20 Uhr verlängert. Den genauen Fahrplan gibt es unter cottbusverkehr.de. Ideen für Cottbus 2035. Die Stadtverwaltung sucht Anregungen und Vorschläge für die Stadtentwicklung in den kommenden 15 bis 20 Jahren. Im Rahmen des Cottbusser Stadtfestes haben alle Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, über die Stadt Cottbus mitzudiskutieren. Am Samstag zwischen 10 und 20 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr, jeweils am Altmarkt 29. Fußball-Weltmeisterschaft 2018 Die Fußball-WM in Russland ist heute gestartet. Die Gastronomen dürfen wieder Public Viewing veranstalten. Die Genehmigungen werden auf Antrag über Einzelverfügung geregelt. Das Landesemissionsschutzgesetz Brandenburg lässt die Übertragungen im Freien auch nach 22 Uhr zu. Um den Lärm in der Allgemeinheit oder in der Nachbarschaft zu verringern, sind Tongeräte oder Lärmfanfaren verboten. Die Stadtverwaltung Die Stadtverwaltung Die Stadtverwaltung